Hi, Gudewe, hier ist wieder euer Johnny und willkommen zu einem neuen WG Commentary. Wir sind hier in... Äh, war's auch natürlich, klar... Jo, hoit. Sohle, schau doch mal, wer mehr Punkte nach Hause kriegt. Ähm, Flaggen, nee, Flaggen sind sicher. So, wollen die abfangen? Nein, die wollen nicht abfangen. Nein, die wollen uns abfangen, gut. Ja. Okay, gut, einmal das hier. Ich hab das Tote. Ja, okay, dann war's halt der Rogue. Das Ding ist down. Wings. Tö, tö, tö. Dann gehen wir halt auf den Decay erstmal. Die Death kannst du vergessen, die kriegst du sofort weggeschlagen. Da ist dann... Ah, okay, Rogue. Okay, das war's dann wahrscheinlich gleich. Joa, so wie's ausschaut. Noch bin ich am Leben. Sieht gut aus. Wir haben die Flagge sogar, wow. Ich mach mal langsam. Das ist dann nicht einfach mal. So, kriegst du das hier. das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Und danach kann ich nichts mehr tun, weil... ...ich auf die Fresse kriege durch Dornen. Oh, dann schauen wir mal langsam hier. Ja, ich ring nicht. Mal her, Judgment. Na, du läufst nicht schneller als wir. Aber du kickst uns gleich. Ich weiß das ganz genau. Noch der Totem der Erdung. Okay. Heiltroider. Stun. Wings. Ne, hab ich ja keine. Ich bringe hier eine Heilung für ihn. Das Totem wollen wir mal weg. Scheiße, da down. Wings. Totem weg. Räumchen. Ah, da können wir vielleicht nichts tun. Vielfalt nicht wirklich. Fickt euch alle. Geht doch ein Hunter. Das geht eher so alles Richtung Geplänkel. Irgendwie hier in der Mitte und dann gibt es eine Flagge und dann war es das. Ich hab halt jetzt nichts mehr. So, weiter im Text. Wir haben wieder die Flagge, aber ja, war es dann auch erst mal, ne? Entschuldigung. Uiuiui. Nachdem vom Widerreisen. Hühnchen kommt da drüben raus. Wir müssten zu Hühnchen, aber ich glaube, das wird nichts. Ich gebe ihn schon mal vorsichtshalber mit dem Freedom. Durchs Dannen wir. Na, ich habe ihn noch gestunt. Ist das der Haltrede? Der ist der Haltrede. Ja gut, komm, wir können dich noch töten. Wenn du das so möchtest. Nein! Wurde ich gerade sagen. Okay, der Hunter ist der Nächste. Oh, ey. Da haben sie echt gerade noch so... Was ist denn da die Kehr, oder? Also... Bock mich. Du bleibst hier. Jetzt tanne ich dich halt. Sheet of Vengeance wegen dem Scheiß. Äh... Er ist da hinten dran. Genau, der. Wenn er die Kehr nichts mehr hat. Könnte er sterben? Alter, ich will... Ey, dieser CC ist immer so abartig. Ich schau trotzdem mal auf. Spaten. Du wirst... Alter Schwede, mit was... Ah, ey. Stun ihn. Gut, Schuss. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Und da... Bisschen heilen. Hunter stirbt jetzt. So, ist tot. Ist das der Nächste? Heilung. Kommt. Höchste Disziplin, Männer. Würde der Jogi jetzt sagen. Ja, nee. Das ist gerade echt anstrengend. Ich habe auch ein leichtes Kopf hier noch dazu. So, jetzt haben wir das Ganze überlebt. Heilung raus. Das selber mal heilen. Okay, kein Mana mehr. So, das heißt, wir gehen jetzt vor. Und wir sind dann vorne. Und auch noch einer. Okay, gut. Kneipenrüpel. Der Name ist ja geil. Sicher immer. Der Kneipenrüpel. So. Le? 3, 2, 1 aufmachen. Ist das eigentlich ja. So, drüber gucken. Ach, solid prinzipiell. Kills. 1. Okay. Streicht die Eule. Sind zwei Heiler. Ja, das sind die ganze Zeit zwei Heiler. Das war nie einer. Obendrauf. Nichts zum Gripen haben sie. Oh, die dropped auf einmal. Schön zu sehen. Oh, wie einfach durchreiten kann die Sau. So, der ist noch. Ne, er bewegt sich nicht. Noch ist er da um 168k. Das könnte einfach werden. Könnte. Ja. Slow. Eis dann. Und komm her. Nice. Und da steht es 1, 0. Wir gehen aufs Bäumchen in der Zeit. Das war jetzt nicht so blöd. Bäumchenstun. Und da kommt schon. Schön, wenn wir uns alle aufhalten hier. Dann kriegt er mal einen Stunt drüber. Echt das Schwede. 4 leckt. Guckt euch das an. Wie abartig. So abartig. Alter Schwede. So abartig. Ist halt nice. Wir halten hat beide Heiler hier. Machen wir halt jetzt so erstmal ein bisschen. Und in der Zeit können wir den zweiten Punkt holen. Machen wir einfach mal ein Switch. Okay. Das war ein Fail von mir. Inline. So lustig wie die heilen. Und ich glaube ich kann so lange keinen Mana mehr haben. Ja. Wir sind schon die ganze Zeit oben. Egal. Es geht jetzt hier noch eine Weile. Der hat halt keinen Bock mehr. Der hat halt keinen Bock mehr. Tot. Und ich geslönt. alter schwede naja jetzt kann ich nur von unten eingreifen jetzt gar nicht mehr aber jetzt bist du allein da oben so geht es natürlich auch gut dann wie immer vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal dieser so das war's dann wieder heute ich sag wie immer vielen dank fürs zuschauen wenn dir das video gefallen hat dann lasst mir doch einen kommentar da und daumen nach oben und wenn es nicht längst hast ein abonnement und würde mich natürlich freuen wenn wir uns im nächsten video oder im stream wiedersehen in diesem sinne tschüss